Jede Generation lacht über die Idee, lächelt über die große Idee und wandert dafür die urgroße Idee. Herzlich Willkommen zu VASO. Unser Unternehmen beschäftigt sich mit Realtime Rendering in Kombination mit Virtual Reality. Wir nehmen Visualisierungsprojekte in den Bereichen Transport, Architektur, Verbraucherwaren, Militär und von anderen Bereichen an. Weiter hoch. Ja, stopp. Danke. Machen wir. Action. Okay, ich habe das jetzt nicht gesehen.